Hallo zusammen, hier ist wieder Hotschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assos unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement kurz vor dem Zusammenbruch und für dieses müssen wir alle drei negativen Belastungseffekte im Sturm-Sangental gleichzeitig erhalten. Und ja, das mache ich diesmal mit dem Hortenschar. Warum ich das machen werde, werde ich euch gleich erzählen. Und zwar, wir müssen erstmal zu einem bestimmten Spot und zwar hier zu dem Questgeber, den ihr sicher auch täglich auf eurer Karte wiederfindet, obwohl ihr die Quest schon gemacht habt. Zumindest scheint das so. Der befindet sich nämlich bei 79,54 und das ist ein Questgeber, der euch jeden Tag quasi eine Quest gibt, die ziemlich ähnlich ist, die immer in dem Bereich hier spielt. Es geht nicht um die eigentliche Quest, sondern es geht darum, dass wir einen Balken kriegen und zwar diesen Balken hier. Und wir wollen die Quest jetzt nicht abschließen, sondern wir wollen diesen Balken füllen. Sobald wir diesen Balken gefüllt haben, kriegen wir einen Debuff. Dann geht der Balken wieder auf 0. Sobald wir den Balken wieder gefüllt haben, kriegen wir den nächsten Debuff. Wir müssen quasi so lange den hochstacken, bis wir alle Buffs haben und dann ist es quasi so, dass wir das Achievement haben. Warum mache ich das jetzt mit dem Zwing und nicht mit dem Main, kann ich euch zeigen. Mit dem Main mache ich diese Quest täglich, weil ich denke, ich kriege da irgendwas Tolles, wenn ich sie mal fertig habe. Und ja, deswegen habe ich es schon durch, muss ich es mit dem Twink machen. Nichtsdestotrotz, ja, werden wir jetzt hier loslegen. Und zwar, wie machen wir das? Wir müssen jetzt einfach hergehen und ein paar Mobs zusammen pullen, möglichst irgendwo einen Spot finden, wo möglichst viele Viecher sind. Denn diese Typen, wenn sie uns denn hitten, stacken diesen Dings, diesen Debuff vor. Jetzt lassen wir die mal uns ein bisschen den Wahnsinn hochhitten. Das dauert relativ lang. Schau, jetzt habe ich 1, 2. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir da am besten nochmal runterziehen zu den Maden oder zu irgendwas. Ihr solltet, das solltet ihr mehrere Klassen haben. Vielleicht möglichst mit einer Klasse machen, die Sell viel hat, weil ihr quasi einfach euch hochhitten lasst. Und wenn ihr die Mobs noch tötet, habt ihr die Problematik, dass es noch länger dauern wird, bis ihr diese ganzen Buffs habt. Und ja, dann ist eine Klasse, die sich heilen kann, ganz gut. Ein Tank, denke ich mal, tut es auch. Also ihr seht, wenn mich mehrere Mobs hitten, dann geht es ein wenig schneller. So, ich würde sagen, ich cutte das jetzt an der Stelle und wir switchen rein, wenn ich ein bisschen mehr Stacks habe. So, nach einer ganzen Weile haben wir jetzt gleich die ersten Balken voll. Und ihr seht, ich habe jetzt hier den ersten Debuff gekriegt. Und da haben wir ihn. Ich habe 10% weniger Schaden und der erlittene Schaden ist um 15% erhöht. Auswirkstchancen verringert, Bewegungstempo verringert, also lauter negative Effekte quasi. Und ja, jetzt geht das Spiel von vorne los. Der Balken ist wieder einmal geleert und wir müssen wieder abwarten. Ich habe blöderweise hier mit den Brambles mitgeskillt. Jetzt töten sich die Mobs langsam. Es ist jetzt aber auch nicht so wild, wenn ihr aus dem Kampf rauskommt. Müsst ihr halt einfach neue Mobs finden und wieder welche zusammenziehen quasi. Ja, dann ist endlich doch mein Achievement geprockt. Und zwar seht ihr das hier. Und ich habe alle drei negative Effekte. Und das hat jetzt doch länger gedauert, als ich dachte. Denn es ist nicht so, dass man hier dreimal den Balken vollkriegen muss. Ich glaube, ich habe ihn jetzt sieben, achtmal vollbekommen. Warum? Weil es gibt auch andere Effekte. Es gibt teilweise positive Effekte. Die halten zehn Minuten, die man kriegt. Die zählen aber nicht dazu, dass man zum Beispiel 25 Prozent mehr Damage macht. Und dann gibt es Effekte, die halt nur drei, vier Sekunden hatte ich jetzt auch x Dinger. Und deswegen musste ich den Balken jetzt, weiß ich nicht, sechs, sieben, achtmal hochkriegen. Und zwischendurch, wenn ich einmal gestorben habe, war es auch weg. Also sprich, ich war jetzt hier, glaube ich, fast eine halbe Stunde oder so rumgestanden, bis ich jetzt endlich meine Achievement hatte. Dauert sehr, 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 sehr lang, leider. Und man muss vor allem auch gucken, dass man keine Immunisierungseffekte zieht. Sonst sind die Sachen auch alle weg. Also Tod und Immunisierungseffekte, also Bubble, Iceblock, solltet ihr auf keinen Fall ziehen. Ich kann jetzt endlich hier raus aus dem Loch. Und ich tue euch als Goodie noch am Schluss was einfügen. Und zwar, ähm, ja, bin ich vielleicht zwischendrin verreckt und bin ein bisschen ausgerastet. Also, ich verabschiede mich schon mal. Kleinen Outtake kriegt ihr noch. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt gehen wir gleich nochmal auf den dritten Stack. Ich habe jetzt hier unten am Strand noch einen Spot gefunden, wo ich theoretisch noch ein bisschen mehr Mobs zusammenziehen kann. Die einzige Problematik ist, dass die auch ziemlich reinhauen. Also wenn man sich da nicht gut heilt... Oh nein, sind alle Stacks weg. Oh nein. Fuck. 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 Ach nein, jetzt kann ich das alles nochmal machen. Hah. Ah. Ah. Allesgenesść.